und hallo freunde willkommen zuletzt play gta online zum part 104 zusammen mit dem angel blaze und natürlich mit dem ben julian 1 ja wir zocken jetzt hier das rennen pflichtkurs und das will ich jetzt sehen ich eigentlich nicht aber okay ist ekelhaft ihr müsst wissen ich werde ich ja gezwungen sonst werde ich ermordet von ihm volles geile teil der ich schon wieder so eins oder was weißt du kannst es umstellen ja aber normal ist es auf normal gestellt er ist einfach aussieht jeder ob zur schule auf so einem ding also nicht dass ich was gegen schwule hätte aber ich will ja nur sagen ja jetzt geht's los ich habe im haus ich freue mich schon wieder vor mir das ist so beschäftigt beim abschießen wahrscheinlich ich kann das so ist ja ein gta rennen oh nein ich dachte es wird respawned nein guck mal ich war erster jetzt ein schletzter alter wo er ist und jungen erfreicht und fett sagt an und fliege erst mal fünf weder zurück was das heißt es kann schon nachdem der der war ganz schön hartnäckig er ruhe 0 weil er hat im vorliegungsamt gemacht echt wir schon im vorliegungsamt gemacht also der reizend so weltbewegend aber der wunds ist ja was wir mal ausprobieren müssen nach der mann lol hier seit zwei ocken alter ey wie so falsch immer daneben alter das ding wackelt zu viel zu steuerung ist voll kacke wenn man mit fahrrad oder mit motor fährt dann zieht er immer in irgendeine richtung auch das problem nein aber ich kann dir sagen wie das weg geht wie ich zeigte das nachher nach der aufnahme verstehst du wie schlussmann ja ich habe nämlich so ein problem da jeder hat jetzt geht sie dann voll nach rechts der pascal hatte ja ich muss dann immer so linken hin und her lenken bei mir so aus wie jetzt ich habe eben nicht zweimal gehört 0 allerdings beim rumbugt also ich könnte jetzt auch ein apfel ist irgendwie habe ich kann auf mein fahrrad nicht steigen ja ich sehe es so ist wie alle hat irgendeiner sein sein in games und laut gleich kann ich eben doppelte ich nicht meiner ist aus okay dann war es wahrscheinlich war wenn julian alter alter macht das mit der musik mit der lauten hier ist feuer das war ich schade ist meine neue kopfhörer alter habe ich voll gesabbert mit wasser was habe ich ein fetisch ja ich habe halt so einen ekelhaften fetisch und so kennst du dich nicht in echt ich bin auch viel schlimmer normal sowas zocken wir denn jetzt ich habe ich überlebt nie kein überlebenskampf ja da 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 nein rv zero das ist richtig geil die mission ja die kenne ich aus dem event aus dem gti ja man ihr mokert gerade irgendwas richtig in meinem zimmer das ist ja alles sehr ekelhaft ich muss mal die schuhe ein bisschen weiter weg stellen also ihr seid richtig ekelhaft bist du das ja ich weiß nicht der julian kann sich nicht beherrschen alter ja das glaube ich auch hier und und du mit deinem apfel da ich musste so lachen ich habe so einen mülleimer gesehen da war so ein abgebissener apfel ich so guck mal apple da war apple in der mülltonne ich telefoniere skype hier gerade mit dem apple gerät da kann dir nichts schief gehen ja nein ich bin r4 zero da sehe schwarz für die schnarrn nasse nippel was ich wollte nur irgendein wort sagen was keiner hören soll ok da hast du wohl laut gedacht nasse nippel was jungen alter alter so ich bitte um starterlaubnis nicht erteilt boah bleibst jetzt da sitzen dafür schieb ich dich jetzt ab hör auf alter da ist die mission am arsch dann mache ich einen abflug dann mache ich einen abflug nachher hat er mich der julian gewonnen sind er ist nicht verarschen wir sind ja schon am Ziel gespawnt korrekt wir sind am Ziel gespawnt guck doch lol ja doch nicht an die es war nur so ein zwischenpunkt zwischenstopp wo bist du denn wo ich bin ja gerade am m ich sehe gerade über den Berg ja ach da unten bist du die sind ganz schön hoch dir ist klar dass das im anderen Kampfjet der Bernd Julian ist ich weiß ich sehe es doch auf meiner ich fühle mich gerade so wie ich es doch bin der fliegt aber richtig strategisch ne der Julian der ist einfach nur ein bisschen zu um ich weiß nicht was er wieder wir haben was ist gucklein ja ich hab doch noch geschafft ich habe eine Fakten wach noch mal ich bin gesporen ich bin ein Berliner es ist der Mech der riecht zum Krüppelbox wo ist eigentlich die Air Force Zero wo ist eigentlich die Air Force Zero Alter bei mir wird die gar nicht angezeigt bei mir wirst nur du angezeigt steht als nur Angelblazer auf der Karte nein ach du bist es habe ich mir schon gedacht ich habe mir das aber irgendwie schon gedacht aber naja Doppelkane Alarm Doppelkane Alarm Disslaik 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 so was machen wir jetzt den Part beenden wir sind gerade noch bei 9 Minuten achso ja dann macht Bier werken oh Luftsprünge man kann es mal sehen jetzt mal seit ich gesehen also eigentlich Minecraft auf der PS3 nein aber auf dem PC schade ist es bei euch auch dunkel draußen? ne ich habe zwar keine Facecam aber ich habe trotzdem so ein fettes Licht vor mir stehen immer ich war jetzt ernst ich habe immer so ein Ding ich habe immer so ein Ding ich habe immer einen großen wir schreiten also im Hintergrund rum ja das ist mein Hund du weißt dass ich keinen Hund habe ja aber warum hast du es jetzt gesagt? nur so sowas nehme ich denn hier ach ich nehme den Mixer komm nee ich nehme ich nehme den Gruß Mittler Gruß ich werde irgendwelche Leute im Hintergrund lachen meine Mutter und mein Vater ja 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 gesund heute nein die hat nur so gemacht Alter als ob ich so hübsse ich hübsse ich hübsse mir irgendwo ein geisteskranker Alter auch wenn ich ja man wie mehr Psychiatrie Alter die Leute ey ich guck mal ich habe in Deutschland Dings Falsche oh ja das wollte ich auch machen aber ich habe nie dran gedacht ja bist halt kein Deutschland Fan doch ne du bist doch du bist Türkei Fan ne scherz ich bin in Deutschland geboren also bin ich auch Deutschland Fan du bist kleiner Nazi gewiss du noch nicht ne doch ne Julian was ist er Nazi siehste ich bin ein Berliner ja ich weiß aus welcher Stadt du kommst ich sag's jetzt aus welcher Stadt du kommst Los Santos nein ich weiß ich wollte ja nur Angst machen ich sag's mal Liberty City ja du bist einfach nur der du bist einfach Franklin Alter mhm du bist einfach mal Franklin ich mag Franklin ich auch der sieht nicht so töneshaft aus wie die anderen GTA Charakter irgendwie mag ich amerikaner die haben so grün Humor und grün kalte Spieler ja ich mag nur schwarze amerikaner ich mag ich mag amerikaner und chinesen mag ich auch für den amerikanern mag ich die Spiele und für den chinesen die Handys die Japsen Alter die und aus Deutschland Sauerkraut Gesichtsklatscher minus fünf Punkte das ist ich esse kein Sauerkraut wenn ich ehrlich bin ich hab schon Fahnen verloren ich hab eure Test noch nicht korrigiert das hört ja immer so behindert an Alter wenn ich mich doppelt höre meine Stimme viel höher ich hab mal drüber geschaut oh Alter die wird immer Julian Julian ich hab mal drüber geschaut ich geb ihr ne 4 ihr seid so schlecht im Fallschirmspringen Alter nö doch ich bin schon fertig ja und es hat nichts zu heißen ich weiß auch trotzdem bin ich schneller Alter ihr seid voll lahmarschig ok Julian ist auch fertig ja und das mach ich extra dass du Dinger kriegst ich könnt mich doch jetzt beobachten ich beobachte dich gerade in deiner Kackposition Alter das ist jetzt scheiß Alter jetzt seh ich Schwarz jetzt seh ich Schwarz ich hab gehört dass das so ein Cheat ist wenn man ins Wasser geht Alter nein der machts auch noch der machts noch ey ich bin zweiter das hat nicht mehr gereicht das hat nicht mehr gereicht jetzt weiter scheiße ey was ist das so ein Scheiß da hat nicht eben was geklopft plus 2 das hab ich mich echt mal gefragt soo es beenden wir den Part mal heute bisschen früher nein nein seh ich nicht mehr ein nein doch nein doch nein doch 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 schreibt es in die Kommentare wenn wir weiter machen wollen sollen bringt es ja dann auch voll ne mhm ja ok dann muss ich halt zustimmen mein Sessel Alter hört man den manchmal ja warte boah das hört man extrem Alter das zeig ich dir das nächste Mal nochmal wieder zu mir kommst Alter boah das ist so ekelhaft dieser Sessel der Stuhl weißt du wer groß ist der Stuhl ja ok meine lieben Freunde dann sag ich sehen wir uns beim nächsten Part auf Wiedersehen also dann tschüss Freunde bleib jetzt mal leise man wenn ich tschüsse tschüss Freunde